409, ey, das merke ich mir. Ich bin doch ein schlauer Bengel. Audio-Bericht bezüglich ungebührlichen Verhaltens gegenüber neuen Forschungsmitarbeiter. 14. September 2145. Wie Sie wissen, wähle ich meine Forschungsmitarbeiter für das Alpha-Labor äußerst sorgfältig aus. Es ist nicht leicht, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die auch noch auf den Mars kommen wollen. Sie wissen das bereits. Ich möchte jedoch erneut betonen, dass Ihre Beschwerden ernst genommen werden müssen. Wir können unsere Mitarbeiter nicht halten und keine neuen anwerben, wenn die Belästigungen andauern. Ja, es handelt sich um Belästigung. Ich erhalte ständig Berichte über unangemessene Fragen und unnötige Prüfungen im Sicherheitsdienst der UAC. Ich muss auf unserem Recht auf ein Privatleben bestehen. Und darauf, dass wir unsere Aufgaben bezügerungsfrei ausführen können. Sollte die Sicherheit tatsächlich bedroht sein, empfehle ich dem Sicherheitsdienst der UAC, ein Auge auf die eigenen Mitarbeiter zu werfen. Ah. Ein Auge auf die Mitarbeiterinnen werfen ist doch auch unsittlich, oder? Schlechter Rat. Ah, schon wieder. Ich habe dein Knie gesehen. Das war zwar nicht so schön, aber... sehr hilfreich. Oh, ich habe keine Luft mehr. Scheiße. Das ist natürlich was anderes. Ich lasse mich in Frieden. Oh, da ist wieder Luft. Seit Beginn des Weltraum-Zeitalters... Wieso war da die Luft weg? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ah, da... Da ist noch Luft. Okay, das... Das war, weil da beide Schleusen offen waren. Darum... Die Frage ist, wie komme ich denn da rauf? Den Sprung schaffe ich doch nie, oder? Da noch... Ah, da gibt es... Da gibt es noch... Gibt es noch einen anderen Eingang. Oder Ausgang. Je nachdem. Ah, da haben wir ihn. Das sieht da irgendwie besser aus. Sein Auge war da auch schon... Warsch. Den Raum zwischen Elektronen und Protonen innerhalb eines Moleküls als Speichermedium für Brennstoff nutzen. Wow. Nun benötigt der Brennstoff, der früher den halben Frachtraum eines interplanetaren Schiffes... Jaja, ich bin beeindruckt. Wir müssen nicht weiterreden. Also los! Was? Ey! Oh. Los, los, los! Ich dachte schon, den wird es jetzt eilen, aber... Noch nicht. Ich muss aufpassen, dass es nicht mich eilt. Ah, da ist ein... Schrank. Das war, glaube ich, der... Mit der Nummer 409, oder? Oh Gott, da sind sie. Hey! Mit was hat denn der jetzt geschossen? Das kann doch keine Schrotflinte gewesen sein, oder? Ja, wo hat er eine Position gearbeitet? Ich bin ja nicht zu der Kuh drin. Ha? Geht aus dem Maschinenraum und versuche, unser T3 mit ihnen aufzuschließen. Verschwere die Technikabteilung. Finde den Eingang zu Alpha Labor Sektor 3. Das wird mein Vergnügen sein. Walter Connors, ha? Walter Connors. Memo an mich. Muss daran denken, mir von Chin meinen achtseitigen Würfel zurückzuholen. Hätte ich ihn nie leihen sollen. Der hat mich nie zum Mitspielen eingeladen. Er ist kein Freund. Oh. Muss mich an meinen Code für Schrank Nummer 039 erinnern. 102. Oh. Das ist wieder ein anderer Schrank, oder? Gott. Ich möchte dir persönlich für deinen letzten Änderungsvorschlag zur Dilatationsmatrix danken. Die Jungs hier bei der CPU haben deine Zahlen durchlaufen lassen und nach einigem Hin und Her sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das die fantastischste Märchendeorie ist, die uns je untergekommen ist. Wenn du zwergeliebender, drachentötender, auflevelnder Depp auch nur das geringste Interesse hast, deinen Arbeitsplatz zu behalten, solltest du das Rollenspielen sein lassen und ein paar mathematische Grundlagen pauken. Viel Glück bei deiner nächsten Beurteilung. Oh. Das ist cool. Der MFS-Kompressor liefert fantastische Ergebnisse. Die letzten Veränderungen, die ich an der Dilatationsmatrix vornahm, brachten den Durchbruch. Ich glaube, dass meine Arbeit an diesem Projekt alles andere weit vorangetrieben hat. Ich habe für jeden Tag eine gewisse Zeit reserviert, in der ich überwache, dass alle richtig arbeiten. Und selbstverständlich prüfe ich die Daten auf Fehler. Das war doch der Schrein. Das war 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 der Schrein. Und ohne meinen Beitrag und ohne meine harte Arbeit wären wir vermutlich nicht so weit gekommen. Ich wollte Ihnen auch für Ihre Aufsicht über das Projekt danken. Es ist mir eine Ehre, Ihnen zu arbeiten. Jaja. Eros, dem Eros gebührt. Denken Sie mir im Jahresbericht an mich. Ich glaube, ich verdiene eine Beförderung. Wo ist jetzt die Lupe? Ah, da. Wort. Ende. So, da war doch noch ein Code, oder? Der von 109 oder so. Aber wo ist der Schrank dazu? Ich sehe keinen Schrank. Ah. Siehste. Ich muss nur Geduld haben. Jetzt bin ich da, wo ich hinwollte. Ja, aber einiges dabei. Solange ich die Munition nicht gleich wieder verbrauche, soll es mir recht sein. Engineering. Sehr gut. Oh Gott. Nein! Hast du ihn erwischt? Nee. Au! Hey, ich habe gestöhnt. Habt ihr das gehört? Ich habe gestöhnt. Aber ich... Es hat mir keine Gesundheit gekostet. Oh, noch einer. Kriegst du was vom Nagler? Das hat mich ein bisschen erwischt. Gib's zu. Ich warte noch mit dem Gesundheitsbäckchen. Ich glaube, da kommt noch was, oder? Kann das sein? Oder doch nicht. Naja, da hier zwei Gesundheitsbäckchen sind. Drei sogar. Soll es mir recht sein. Lift rufen, der ist ja schon da. Ah. Oh. Geh weg. Noch einer. Scheiße. Muss ich nochmal hochfahren? Ist hier vielleicht was versteckt? Wenn ich hier schnell abspringe? Nee, das geht sich nicht aus. Da passe ich nicht rein. Die Andeutung von vorhin war unmissverständlich. Ich bin zu dick. Naja, sowas nehme ich persönlich. Da ist nix. Was ist das? Ah, ein Überlebender. Der Carmack. Carmack höchstpersönlich. Nee, nee. Oh, hallo. Ja, wie? Kannst du mir heimleuchten? Du Armeleuchter. Ja, ja, ich helfe dir. Was ist das? Datensicherung. Ja. Wieso nicht? Ich kann auch warten. Du bist doch ein Wartungstechniker, oder? Da kannst du doch warten. Die elektromagnetische Impulse haben die Elektrik ausgeschaltet. Die Elektrik? Oder die Elektronik. Ah. Sehr gut. Nett. Ah, der kommt mir eh nach. Muss ich mich nicht so beeilen. Muss nur schauen, dass ich ihm die Monstren vonbleibe halte. Geh schon mal vor. Nee, bleib da. Ich hab da noch nicht geschaut. Da hinten ist. Das ist ja auch noch was. Schau dir das an. Riesiger Haufen an Munition. Mehr Munition, als ich überhaupt tragen kann. Hier ist es wirklich sehr nützlich, die stationäre Taschenlampe zu haben, muss ich sagen. So kann ich vorauseilen und ihm notfalls zur Seite stehen. Ah. Wo? Bleib hier. Oh. Nein, bleib. Was war das? Ja, was wohl? Monster. Musst du die Lampe aufladen? Ich bin in der Nähe. Ja. Bleib da hinten. Bitte. Bin mir denn gefallen. Oh. Gott sei Dank. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Ah. Sind wir endlich da? Oh. Da. Ich muss die Schüsse schlucken. Mit meinem Körper abwehren, damit es ihn nicht trifft. Aufladen. Okay. Da wären wir. Ist da noch was? Ne. Doch. Oh scheiße. Hat ihn der gekillt? Wo ist er? Ne, er lebt noch. Da ist der Ausgabe. Ich sehe nichts mehr. Ups. Oh. Oh Gott. Nein, scheiße. Ich konnte nichts machen. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es hat ihn ereilt. Ich konnte nichts machen. Verdammt. Das war nicht meine Schuld. Die sind hier aus den Wänden gekommen. Mehr oder weniger. Da war ich echt machtlos. Aber ich muss zurück. Hier ein bisschen Gesundheit. Da war doch noch Gesundheit, oder? Da ist Munition. Die FG-Zellen. Wow. Cool. Da war Gesundheit, oder? Ja. Hier. Ich habe nämlich nur noch mehr 53. Mit meiner heldenhaften Tat wollte ich ihn mit meinem eigenen Körper als Schutzschild dienen, aber nein. Alles umsonst. Na gut. Pech gehabt. Ich glaube, der wäre hier sowieso nicht raufgeklettert, oder? Ich weiß nicht. Kann man ihn überhaupt retten? Ah. 39. Hey. Ist das nicht dieselbe Zahl wie vorhin? Nee. Alpha Axis. Mensch. Wieso? Oh. Jetzt bin ich überfragt. 102. Ah, das ist der. Okay. Das war eine andere Zahl. So. Das ist ihm auch wieder voll. Passt. Super. Gespeichert wurde er auch. Oh. Ist das die Tür? Um die er vorhin die Rede war, die er reparieren wollte? Wohl nicht gut gelungen. Lauter Schächte nehmen wir wohl den erstbesten. Und auch der Einzige. Splendid. Sind auch schon Viecher in der Kanalisation. Ah. Will ich da rein? Will da rein? Nee. Zu dick. Aber ich wollte es nicht unversucht lassen. Oh Gott. Was ist denn das? Also wenn das kein Hinterhalt ist, dann weiß ich nicht. Spinnen! Spinnen! Was waren alle? Kann doch nicht sein, oder? Nee. Waren nicht alle Spinnen. Oh Gott. Schaut euch das an. Spinneninvasion. Puh. Wer? 's? Die sehen aus wie diese Schädel aus... Oh! Ich bin in die falsche Richtung gesprungen. gesprungen. Sieht aus wie dieses Vieh aus das Ding aus einer anderen Welt. Von dem einen Typen, wo der Kopf abgegangen ist und dann haben sich so Spinnenbeine gebildet. Die Schrotflinter eignet sich da nichts hier. Au! Mist, die Sprengen. Das sind Sprengspinnen. Eine neue Spezies. Okay, da gehe ich nochmal hinunter. Das muss nicht sein. Wir wollen ja die Gesundheit nicht verkommen lassen, nicht? Auf das Türchen. Aha. Wir verlassen Alphalabor 3. Bye. Okay.